So, ich möchte mal ein kleines Video nur vom Andy machen. Er ist hier der große Bub, der Jagdhundmischling, der leider ein bisschen schüchtern ist. Also mit dem muss man arbeiten. Ich habe ihn hier an der Laufleine, also an der Schleppleine, darf er nur raus, weil sonst kriegen wir ihn nicht wirklich. Und er kann auch nicht richtig an der Leine gehen. Er hat auch Bock herum, er hat ein bisschen Angst. Die Brustgeschirr geht sicher besser. Wir werden das jetzt jeden Tag probieren und schauen, dass er sich auch beruhigt, beziehungsweise, dass er uns besser kennenlernt. Also so schlecht macht das gar nicht hier, sehe ich jetzt. Und er ist ein sehr schöner Hund, ein großer Hund. Hallo Andy! Aber im Wesen ist er noch ein kleines Baby. Ein Baby bist du Andy? Ja, seine Schwester ist ein bisschen besser drauf als er. Also er braucht noch ein bisschen Nachhilfestunde. Andy, Andy! 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 Bello Andy! Bellissimo!